Mein Spaziergang beginnt heute hier auf einem Spielplatz in Grolland. Na, soll ich hier die Rutsche runterrutschen? Ne, ich glaube, das lasse ich doch lieber sein. Ist mir zu gefährlich. Und jetzt ist mal wieder eine schwere Entscheidung zu treffen. Links oder rechts oder über die Brücke. Obwohl ich ja Brücken über alles liebe, werde ich jetzt nicht über diese Brücke dort gehen, sondern den anderen Weg. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Hier ist alles grün. Bis auf meinen Anorak, den ich schon seit 40 Jahren habe. Und grüner wird es hier nicht mehr. Und ganz dahinten sieht man den Bremer Flughafen. Wo vielleicht gerade einmal die Stunde an dem Flugzeug startet. Mal gucken, ob wir gleich Glück haben. Nun bin ich kilometerweit durchs flache Land gelaufen. Nur um an diese Straße hier zu kommen. Ich glaube, ich kehre jetzt wieder um und gehe den ganzen Weg wieder zurück.